Wir haben hier die Open Faces das erste Mal im Alpbachtal. Super Rider, tolle Lines, tolles Face. Also immer so, wir sind absolut happy. Willkommen beim ersten Contest, der Open Faces führt Contest in Alpbach. Unglaublich schnell unterwegs dieser Rider jetzt im Face. Und da vor allem wichtig, Kontrolle, Flüssigkeit und Technik. Auf das schauen die Charges. Das muss dabei sein. Auf das schauen. Huge backflip! Look at my brother! Once again... ...Koen Thorin! ... 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